Moin Freunde, willkommen zurück zum Podicast, inzwischen schon in der 12. Ausgabe und heute beschäftigen wir uns mit einem wirklich interessanten Thema und zwar die 4 Kaiser und der Fall der 4 Kaiser, denn früher oder später werden einfach alle Kaiser von der Bildfläche verschwinden, alle werden in irgendeiner Weise verlieren, Whitebeard hat ja quasi gegen die Weltregierung oder gegen Blackbeard verloren und wir werden halt alle Kaiser wirklich durchgehen, auch Shanks, Ruffy lassen wir aber außen vor, da er ja so ein bisschen der zentrale Faktor ist. Er wird für viele Fälle der Kaiser verantwortlich sein und deswegen wird er so ein bisschen außen vor sein, im Übrigen auch hier die Announcements sind da Freunde und zwar nächste Woche ist es soweit, äh nicht nächste Woche, sondern, Leute das ist auch eine wichtige Info, der Podicast wird nämlich eine kleine Pause haben, aber der nächste Podicast wird ein XXL Podcast, wo es um alle Coverstories geht, wo wir alle Coverstories durchgehen und dann habt ihr wirklich das Rundum-Paket, um all das Wissen zu erlangen, was man eigentlich nur durch den Manga bekommt. Und nicht durch das reine Anime schauen, aber wir kommen auch zu den vier Kaisern und mit welchen Kaiser möchtest du anfangen? Oh, ich würde sagen, wir fangen mit dem, mit der Kaiserin an, mehr oder weniger, weil, meiner Meinung nach ist sie am, am nächsten dran an dem Fall, auch wenn es eigentlich noch utopisch ist, darüber zu, äh, überhaupt jetzt zu reden, weil, ganz ehrlich, sie ist ja nicht irgendwie jetzt angeditscht oder irgendwie, sie hat zwar ihre Leute jetzt gerade nicht mehr, deswegen lassen sie jetzt über Big Mom reden, ist der Name auch gedroppt. Also sie ist jetzt gerade im Udon-Gefängnis, für die Leute, die das immer noch nicht gecheckt haben, dass ich über Big Mom rede, soll es ja geben, nee, ähm, ich weiß nicht, also sie ist jetzt gerade im Udon-Gefängnis, letztes Chapter, hast du es gelesen? Äh, ich hab auf jeden Fall die Spoiler alle gelesen, aber das Chapter noch nicht auf Deutsch, aber die Spoiler auf jeden Fall alle, also ich weiß, was passiert. Sie liegt ja auch schon da, sie ist halt im Udon-Gefängnis, hat da gerade eine Katastrophe in den Boden gedrückt und jetzt, äh, droht es halt da alles, äh, es zu eskalieren, mehr oder weniger. Und deswegen, meiner Meinung nach ist sie auch jetzt gerade am, ja, deswegen ist ihre Basis, Hulkick Island wurde mehr oder weniger in Schutt und Asche gelegt von Ruffy. Ihr stärkster Kazakuri ist da wahrscheinlich zurückgeblieben, wir wissen nicht, ob er vielleicht doch im Schiff irgendwie noch dabei war, wie auch, äh, das Schiff allgemein wurde mit den ganzen Leuten, die mitgekommen sind, wo, äh, glaube ich, nur, ähm, Smoothie als, äh, Süßigkeitenkommandantin dabei war, also ihre Kommandanten, jetzt Cracker und Katakuri, die sind wahrscheinlich nicht dabei. Sie hat sozusagen nur noch einen stärksten, äh, Mann, Ofen und so, kann man nicht so richtig ernst nehmen. Also, ihre Leute, die sie mit hat da jetzt gerade, im feindlichen Gebiet auch noch, sind also nicht so das Gelbe vom Ei, so, also das kann man wie so sagen. Außerdem ist sie dazu noch gerade in so einer Amnesie, sie hat ihre Erinnerung verloren, die wird sie wahrscheinlich wiederkriegen, ihre Stärke hat sie trotzdem noch behalten, ihre Teufelskraft höchstwahrscheinlich auch, aber, äh, sie ist zur Zeit nun mal, äh, am verletzlichsten und deswegen glaube ich auch, das liegt nahe, dass sie eventuell in dem Wano Kuniak, vielleicht sogar die Kaiserin, also sie könnte die sein, die stirbt vielleicht oder, ja, das Ding ist, müssen wir eh nochmal ausdiskutieren, sterben oder nicht, was wäre eigentlich eine Option? Weil, meiner Meinung nach, wenn die Kaiser nicht sterben, dann müssten die schon von Ruffy oder beziehungsweise von irgendjemanden dann so doll gebrochen werden. So doll, dass sie dann nicht mehr später als Kaiser weiter segeln, beziehungsweise, dass sie dann nicht mehr so als Pirat weitermachen und das, das sehe ich, ich sehe das bei keinem Kaiser eigentlich, dass die so doll gebrochen werden, dass sie danach, äh, sich zurückziehen von der Piraterie. Oder meinst du das? Obwohl, also, also ich kann mir schon vorstellen, dass man da bei jedem eine Lösung findet, weil, ähm, also für mich ist so, Whitebeard hat man sterben lassen, damit die neue Ära eingeläutet wird, Shanks wird man höchstwahrscheinlich auch sterben lassen, kommen wir später zu. Bei Kaido könnte ich mir vorstellen, dass man irgendwie schafft, ihnen eine Möglichkeit zu geben, dass er wieder sterblich ist, weil er möchte ja auch oft selbst sterben, dass er sich vielleicht dann selbst killt. Und bei Big Mom könnte man vielleicht doch die Armee sie aus, äh, ausnutzen, dass sie, dass quasi ihre neue Persönlichkeit, die sie hat, dahin gedrängt wird, dass sie sich so aus diesem Business zurückzieht. Aber an sich auch interessant, was du gerade schon gesagt hast mit den Spoilern, weil, ähm, oder jetzt mit den Kapiteln, wie gesagt, der, der Aufnahmezeitpunkt ist noch ein bisschen vorher, deswegen das Chapter ist ganz frisch, ähm, und zwar ist ja so Big Mom, wenn jetzt so die Kaiser so die Könige der Piraten sind, dann ist Big Mom einfach so die Queen, so, weißt du, und sie besiegt Queen einfach, ist halt unnormal cool und auch hier finde ich es wieder krass, man hat den Wano Kuniak, man hat Queen und Queen hat mit Abstand das höchste Kopfgeld im gesamten One Piece Universum, selbst ein Katakuri kann da nicht mithalten und, äh, der wird dann einfach so geklatscht, weißt du, also das ist dann halt, es ist halt wieder typisch One Piece, man denkt so, okay, krass, und damals bei Jack war es ja auch so, so eine Milliarde, man denkt sich, oh, snap, da kommt nichts ran und dann wird der auch so voll geklatscht, deswegen ist es irgendwie, die, die Geschichte wiederholt sich, aber kommen wir zu Big Mom, hm, ich weiß nicht, Big Mom, ob man da die Ami sie wirklich ausnutzt, um so den Character in die Richtung zu lenken, dass sie sich so aus diesem Kaiser-Business zurückzieht, aber sie wäre eine gute, eine gute Anlaufstelle, um einen Kaiser zu stürzen, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man im Wano Kuni Kaido schon stürzt, ich kann's mir nicht vorstellen, dass die da in ein paar Tagen, wo dann, äh, das Festival ist, dass die dann Kaido stürzen, ich, ich glaub da irgendwie nicht dran. Ja, selbst wenn der Plan noch so krass ausgeklügelt ist, letztendlich, also Kaido ist trotzdem eine Bestie, da kommst du nicht durch, wenn du das Haki nicht besitzt, und ich glaube, keiner von den Anwesenen hat da irgendwie die Kraft, das Haki zur Zeit, ihn irgendwie da in einem Kampf irgendwas auszurichten, er hat ja auch bis jetzt nur noch nicht mal seine Hybridformen gezeigt, die ja wahrscheinlich die krasseste sein wird, also stärketechnisch, ähm, du hast es aber erwähnt, die Damen, die waren damals zusammen bei den Rockspiraten, ähm, und das Ding ist, Big Mom ist ja aufgebrochen, um sich zu verbünden, so, mit Kaido, und es liegt auch nahe, dass sie das eventuell, so, also, dass sie es vorhatte, auch wirklich so, Kaido hat zwar von vornherein gesagt, wenn du hier aufkreuzt, werde ich dich töten, so, aber, ich glaube, er hat das nur so als Drohung gesagt, ähm, also, es, es gibt ja irgendein, irgendein, ähm, irgendwas, was damals zwischen den beiden vorgefallen ist, was letztendlich jetzt Kaido ihr noch schuldet, und das ist das Ding. Ich glaube, da hat sie ein Druckmittel in der Hand, jetzt gerade natürlich nicht, weil sie eine Erinnerung verloren hat, jetzt ist aber auch die Sache, du hast gesagt, das könnte, äh, was du eben erwähnt hast, das könnte ausgenutzt werden mit der Amnesie, dass sie letztendlich sich von der Piraterie zurückzieht, weil sie weiß ja nicht mal mehr, letztes, also, auch in dem Chapter jetzt aktuell, äh, hat sie Big Mom gehört den Namen, und hat selber gesagt, was ist Big Mom, ist es was zu essen, so, also, sie weiß nicht mal, dass Big Mom ist, so, also, sie weiß nicht mal, wer sie selber ist. Deswegen, theoretisch, hast du recht, so, sie könnte eigentlich aufgrund der Amnesie dann als Kaiserin zurücktreten, weil sie einfach nicht mehr, weil sie nicht mehr weiß, was Kaiserin ist, so, und vielleicht erkennt sie auch ihre ganzen Leute nicht. Da ist aber die Sache, hundertprozentig wird irgendwann das Klick machen, und sie wird die Erinnerung zurückerlangen, so, aber die Sache ist halt, wie, wie kam es zu dieser Amnesie? Ist es wirklich nur auf den Kopf gefallen, und irgendwann macht's wieder Klick, oder ist es wirklich durch Pudding, oder so, dass wir später offscreen das erfahren, dass, äh, Big Mom da vielleicht bewusstlos am Strand lag, oder so, weil sie so rumgeschleudert wurde, als Teufsvonutzerin, Pudding hat sie dann eventuell noch, vielleicht war Pudding ja dabei, und hat dann ihre Erinnerung rausgeschnitten, oder sowas, dass sie Big Mom, nichts von Big Mom weiß, oder so, dann wäre das perfekt, so. Also, die Stärke besitzt sie halt trotzdem noch, ähm, aber dann, wenn sie jetzt ihre Erinnerung verloren hat, würde es natürlich nie zu der Allianz, beziehungsweise, ja, zu der Kooperation zwischen Big Mom und Kaido kommen, was eigentlich, meiner Meinung nach, kommen muss, so, weil Garp hat das auch bei der Reverie so angeteast, so, äh, das liegt hinter unserer Vorstellungskraft, wenn die beiden sich wieder verbünden werden, das wäre so schlimm, dass, also, selbst Garp hat das gesagt, so, weil er weiß, okay, die waren damals schon bei den Rocks, jetzt sind die beide Kaiser, und die sind beide noch viel stärker, wenn sie sich jetzt verbünden würden, wäre das das Aus für alle, wenn, also, wenn zwei Kaiser sich verbünden, glaube ich, kann die Wettregung auch einpacken, so, also, sie können ja letztendlich mit ihrer Drei-Macht die Wettregung gerade mal gegen ein Kaiser ankommen, wir haben ja gesehen, was selbst so ein angelitscher Whitebeard da noch angerichtet hat, ähm, und deswegen, zwei Kaiser zusammen ist Ende im Gelände für alle, und deswegen, äh, setzt auch die Marine alles daran, äh, dass die Kaiser sich nicht treffen und so, damit die halt sowas, damit sowas nicht zustande kommt, jetzt ist halt die Sache, wenn sie diese Amnesie hat, wird es nie dazu kommen, so, und jetzt überhaupt die Sache, wird sie, also du hast, eigentlich ist für mich Big Mom so die Kaiserin, äh, die am nächsten dem Fall nahesteht, aber, aufgrund der Amnesie könnte das auch gleichzeitig bedeuten, so, was hat sie jetzt eigentlich für einen Grund noch irgendwie was zu machen, so, letztendlich will sie nur essen, so, und wird jetzt wahrscheinlich Ruffy angreifen, weil der das Essen da weggehauen hat oder so, aber, ich weiß nicht, irgendwie, Big Mom könnte, ich könnte es auch verkraften, wenn sie jetzt einfach so amnesiemäßig irgendwann ihr eigenes Ding macht, so, und irgendwo frisst einfach. Ja, genau, also, wenn, wenn Big Mom nicht auf Wano Kuni fällt, also, der, der, der Grundtenor ist ja, Kaidos in Anführungsstrichen zu stark, man lässt, lässt ihn nach dem Wano Kuniak immer noch, äh, ja, umherstreifen und Big Mom fällt im Kampf, äh, rund um Kaido, Ruffy, vielleicht sogar ein Shanks, der noch auf Wano Kuni kommt, ähm, fällt dann Big Mom, aber, wie gesagt, Kaido bringt, also, hat ja öfters mal versucht, sich selbst umzubringen, deswegen da die Möglichkeit, und bei Big Mom, ich weiß nicht, ich fände es zum Beispiel cool, wenn, äh, wenn Pudding so die Erinnerung so weggeschnippelt hätte, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, so, also, so, äh, ab ihren ersten Kind oder so, ab, äh, wo sie dann Kaiserin wurde oder so, weißt du, so, und wenn dann Big Mom sich früher oder später vom Wano Kuni verduftet, und dann hört man erstmal eine ganze Weile nichts mehr von der, aber dann, wenn die Strohhüte, was weiß ich, ähm, also quasi, nachdem alle Strohhüte stärker geworden sind und so, geht's nach L-Bahn, und auf L-Bahn ist dann zufälligerweise auch Big Mom, und da kriegt sie ihre Erinnerung wieder, weil sie ja auch mal auf L-Bahn war und so, bla, 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 und dann würde sie ja als Gegnerin da sein, und dann hätte man wirklich auch keine, kein Whole Cake Island mit hunderten Leuten von Big Mom und Katas, also Süßigkeitenkommandanten und so, sondern nur die Strohhüte und Big Mom, und dann würde Big Mom da im Kampf fallen. Wäre auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, so könnte man einen Kaiser wirklich stürzen, weil die Frage ist, also ich halte es für unwahrscheinlich, dass man Whitebeard sterben lässt, Shanks sterben lässt, was sehr wahrscheinlich ist, dass Shanks stirbt, aber dann Kai-Du sterben lässt im Kampf und Big Mom sterben lässt im Kampf, weißt du? So, alle Kaiser im Kampf gestorben, und Ruffy ist the last one, und dann hat man noch Blackbeard, so, und das ist der Final Clash, und dann, ähm, und dann fällt Blackbeard wahrscheinlich auch noch im Kampf, so, und, äh, dann hat man alle Kaiser im Kampf getötet, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, und für mich sind halt einfach Shanks und Blackbeard so die Kandidaten, die am ehesten wirklich, äh, sterben müssen, damit, ähm, damit die Geschichte vorangeht. Bei einem Kaido kann man halt, so, ich weiß nicht, ob, äh, wie wichtig ist Kaido ist, dass er wieder, dass er, ähm, ja, also Kaido hat ja so eine sehr gebrochene Persönlichkeit, inwiefern die, äh, inwiefern die wichtig ist, oder bei Big Mom halt, wie wichtig, äh, weil bei Big Mom, der kriegst du ja auch alles so untergejubelt, wenn dir der eine fette, wenn Sanji da was krasses kocht, so, dann kriegst du die auch als Verbündete ran, so, weißt du, deswegen, das ist halt, das ist halt alles tricky, also, es ist sehr, sehr verstrickt, aber man kann sich einfach keine, kein Szenario vorstellen, in dem Ruffy als fünfter Kaiser alle vier Kaiser besiegt, alle vier Kaiser auch noch sterben, und dann Ruffy König der Piraten wird, so, weil keiner mehr da ist, der ihn aufhalten kann. Das ist, das ist nicht One Piece dann, weißt du, deswegen, da muss man halt wirklich mal explizit halt drüber sprechen, äh, wie man die Kaiser da zu Fall bringt. Das Ding ist, die sind jetzt, die vier Kaiser sind jetzt mehr oder weniger, also, Shanks mal ausgenommen erst mal, aber die drei dann, äh, über Blackbeard haben wir noch gar nicht geredet, also, richtig, so, das wird, das wird, das wird, das wird, wir springen sowieso so ein bisschen hin und her, aber, also, bei Big Mom jetzt explizit hast du recht, ihr Wunsch ist es ja, also, Kaido, wie du es gerade gesagt hast, mit der gebrochenen Persönlichkeit, er hat ja auch mehr oder weniger das Verlangen zu sterben, hat da rumgeheult, besoffen und so, und der ist wirklich, wie du es gesagt hast, gebrochen, und meiner Meinung nach, ähm, er will aber trotzdem auf der anderen Seite dennoch die stärkste so an der Armee haben, will trotzdem noch irgendwie einflussreich sein in der Welt, aber sein innigster Wunsch ist es wahrscheinlich irgendwie zu sterben, weil er war ja ganz alleine da auf der Himmelsinsel und so, wollte auch einfach runterspringen und so, hat sich auch geärgert, so, dass Whitebeard da tot ist und dass sein Kopf nur wehtut und so, also, meiner Meinung nach wäre sein Tod... Und da war er nicht betrunken, so, weißt du. Ja, also, wir haben das, glaube ich, auch schon mal im Podcast erwähnt, ähm, ich kann mir das vorstellen, dass der also, so Saitama-mäßig, so, auch kein Adrenalin mehr und kein Nervenkitzel mehr in Kämpfen spürt und sowas, dass der eventuell, das eventuell dann wieder gegen Ruffy oder so spürt, weißt du, äh, dass er dann so mäßig sieht, okay, ich lebe und so bla, ähm, dass er sich einfach so, oder Ken Pachi aus Bleach, äh, ist auch so ein Charakter, der auch so getickt hat, so, der sucht einfach wieder Kämpfe, richtig krasse, ähm, und deswegen auch der Wunsch zu sterben eventuell, dass er so sonst niemals sterben könnte, weil alle so schwach sind in der Welt und ich weiß nicht, in dem Onigashima-Ark, also in dem Wano Kuni-Ark jetzt bei dem Feuerfestival, ey, ich seh Kaido da auch nicht, dass er da jetzt schon, ähm, weil, ganz ehrlich, Leute, er ist die stärkste Kreatur, er hat die stärkste Soan höchstwahrscheinlich auch, hab nichts bestätigt, aber alter Riesendrache, ähm, ich weiß nicht, also wenn Ruffy jetzt wirklich von einem Kaiserkommandanten von einer, also von wahrscheinlich dem schwächsten, schwächsten Kaiser, also Big Mom, wenn er Katakuri besiegt, so, und dann, weiß ich nicht, direkt daraufhin noch den krasseren Kaiser selbst zu besiegen in dem nächsten Arc, so, das wär, ich weiß nicht, was kommt dann danach, so, also, ich weiß nicht, Kaido ist meiner Meinung nach auch, also der ist für mich, ich stell Kaido, Blackbeard und Shanks fast auf eine Stufe, so, Blackbeard ist natürlich nochmal ein bisschen anders, so, wegen seinen Teufelsrüchten und auch, weil er irgendwas Verstecktes noch hat, was wir nicht wissen, aber, ich weiß nicht, ich seh die alle schon so als unantastbar an und, ich weiß nicht, ich kann's mir schwer vorstellen, dass Kaido jetzt fällt, also ganz ehrlich. Ja, genau, weil die Sache ist, man hätte es sich vorstellen können, hätte Oda uns nicht direkt am Anfang von Wano Kuni diesen Ultradämpfer gegeben, weil ganz am Anfang war ja Kaido besoffen da und Ruffy hat ihn angegriffen mit Gear 4 und Kaido hat einfach einen Keulenschwung gemacht, da war keine Hybridform, gar nicht so, er hat einfach nur einmal mit der Keule so einen Schwung gemacht und hat Ruffy damit fast ins Jenseits geprügelt, so, weißt du, und das war so dieser Moment, wo man sich so dachte, gut, mhm, okay, so, und dann ist es halt, dann hat man nicht so dieses Feeling, okay, Ruffy trainiert jetzt eine neue Haki-Art, Ruffy lernt sehr schnell, das stimmt auf jeden Fall, Ray, die konnte ihm in kürzester Zeit alle Haki-Arten sehr gut beibringen und so, und Gear 4 etc., PP hat sich ja Ruffy dann auch noch beigebracht, so, und hier ist halt der Punkt, er lernt schnell, aber ich fände es trotzdem schwach, wenn man quasi sagt, okay, also Wano Kuni an sich geht dann vielleicht 20 Tage, sagen wir jetzt mal, wenn es sogar über das Festival hinausgeht oder so, oder 15 Tage, aber, ähm, wenn dann Ruffy in diesen paar Tagen, also in diesen wenigen Wochen eine neue Technik lernt und damit Kaido besiegt, das, das darf nicht sein, so, weißt du, so dieser, weil halt Kaido auch schon so lange im Business ist, wie gesagt, Rocks-Ära und so weiter und so fort, der Typ hat hunderte, der wurde mehrmals zum Tode verurteilt und wurde schon öfters mal zur Hinrichtung gebracht, so, dann ist es halt einfach, äh, dann ist es halt einfach extrem unpassend, einen solchen brachialen Charakter, äh, sterben zu lassen oder einen Kampf verlieren zu lassen, eher gesagt, ähm, gegen jemand, der seit einer Woche eine neue Technik drauf hat, so, weißt du, das ist halt dann irgendwie so ein bisschen wack, und dadurch, finde ich, hat Oda der ganzen Sache, dass Ruffy Kaido in diesen Arc besiegt und es muss halt irgendwie Ruffy sein, der es macht, klar, Ruffy hat immer Hilfe und so, Hilfe ist auch okay, ähm, Kaido hat ja schlussendlich auch Hilfe, aber, ähm, ja, also Oda hat da, finde ich, schon selbst so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, dass man halt direkt weiß, okay, das wird hier nicht, so, und deswegen so eine Amnesie Big Mom ist da, denke ich, ein ganz guter Weg. Ja, die Frage ist, wie das noch alles zusammenhängt, so, also, ob die Amnesie Big Mom dann trotzdem noch auf Kaido trifft und ob Kaido, also, wird Kaido sie selber dann noch angreifen oder so, weil, weiß ich nicht, das ist ja auch die Frage, so, oder war dieser Angriff von King eventuell nur so ein Warnschuss, so, nicht weiter und jetzt hier ist Schluss und so, aber, ah, ich weiß nicht, auch, äh, mit der Sache, die du gerade erwähnt hast, mit, ähm, Hilfe im Kampf gegen Kaido, das war ja bei Katakuri auch da der Fall, so, viele haben gesagt, ah, das war unfair und so, weil Ruffy wurde davor angegriffen und so, aber Katakuri hat sich danach auch selber eine Riesenwunde zugefügt, so, und deswegen, Oda sorgt eigentlich dafür, dass die Verhältnisse immer gleich sind, so, dass es immer für ein Gleichgewicht herrscht, so, in den Kämpfen meistens, so, dass es nicht so krass unfair ist, also in den ehrenwerten, krassen Kämpfen, die wir auch als Anime-Zuschauer, Manga-Leser auch ernst nehmen sollen, sorgt er immer dafür, dass es wirklich gleich auf ist, dass die Chancen gleich auf sind, so, stärke technisch natürlich, so, ne, da, da variiert das so meistens, so, und dann wächst ja der Protagonist in dem Kampf meistens über sich hinaus, so wie es ja auch bei Katakuri war, ähm, aber die Sache ist, ganz ehrlich, also im Warno Kuni-Arc jetzt, ich, ich kann sowas, sowas kann ich nicht hinnehmen, also, ich kann es nicht hinnehmen, dass, ähm, Ruffy jetzt in einem ernsten Kampf, so, ausgeglichen, ihn besiegt, also ich, ohne Witz, ich würde da sogar als Zuschauer verkraften, wenn das so eine Tag-Team-Geschichte wird, also wirklich, also, zwar will Ruffy die einzeln besiegen, so die Kaiser und so, aber, ganz ehrlich, wenn er Kaido selber, also, mir würde es reichen, wenn wir sehen, Ruffys Technik und so ist krass, oder, ich sag mal, sowas in der Art wie mit, äh, Gekko Moria, weißt du noch, wo, äh, Nightmare Ruffy ist ja auch so ein Cheat, erst mal, erst mal diese Tag-Team-Sache, ne, das war gegen Oz Junior und dann gab's ja noch Nightmare Ruffy erst mal, der Oz Junior noch, und am Ende hat aber noch, äh, hat Ruffy trotzdem noch, obwohl er mit diesem, ich sag mal, diesem Cheat, Nightmare Ruffy war ja eigentlich wirklich so ein einmaliger Buff, den er nicht wieder verwenden kann, das ist ja nicht seine eigene Kraft, so, da könnte man auch sagen, ja, okay, eigentlich, wer hätte Gekko Moria getötet da mit Oz, wäre, wäre nicht diese Schattengeschichte gekommen, aber, ähm, danach hat er ihn halt noch mit seiner eigenen Kraft, mit dieser, was war das, ne, Gear 3 Bazooka oder so ein Blödsinn durchgebrochen, ne, äh, das ist, und, und, also Oz jetzt, und, ähm, sowas in der Art könnte ich verkraften, wenn er danach vielleicht, davor vielleicht irgendwie ein Buff kriegt, ein Power-Up oder sonstiges, oder Hilfe von Kit, dass die beiden sich, äh, um den Kopf von Kaido streiten, beide gleichzeitig angreifen, wir sehen aber, Kaido dominiert die oder so, dann gehen die voll aus sich raus, Kaido ist dann auch schon angeditscht oder so, das ist natürlich alles, erst mal, das ist natürlich Quatsch, so, erst mal natürlich, da muss, Stärketechnik, da müssen noch ein paar Stufen, äh, auf jeden Fall, ein paar Stufen müssen die aufsteigen, also, finde ich, äh, und dann, wenn Ruffy dann am Ende so einen angeditschten, vielleicht schon im Team angeditschten, äh, Kaido besiegt, so, ey, ich, ich, ganz ehrlich, ich würde das verkraften, weil, wie gesagt, wenn er jetzt in dem ernsten Kampf beide Fuhl regeneriert, äh, da so über sich hinauswächst, dass er sogar einen Kaiser übertrifft und nicht irgendeinen Kaiser, sondern die stärkste Kreatur überhaupt, das wäre too much, Leute, da müsst ihr euch mal selber auch, äh, ein bisschen, das ist zu krass einfach. Ja, 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 das wäre einfach so dieser Punkt, äh, was ich gerade gesagt habe, in so kurzer Zeit wäre das halt ganz schnell verteilt. Lass dich später nochmal gegeneinander antreten, so. Ja, genau, das ist ja, das ist ja auch das, was wir in den anderen Podcasts schon mal gesagt haben, deswegen hat man ja die Möglichkeit, wie es zum Beispiel auf Whole Cake Island gemacht wurde, ich meine, seit der Fischmenscheninsel hat ja Ruffy schon Big Mom quasi den Kampf erklärt und dann hat man halt ein paar Arcs, wo sich Ruffy dann immer weiterentwickelt, immer neue Techniken zeigt und so, dann kommt Whole Cake Island, man sieht, dass er mit Biegen und Brechen es schafft, den stärksten Kommandanten zu besiegen und dann verschiebt man einfach den Kaiser in den nächsten Arc, so, und damit löst man quasi das Problem. Warum kann man das bei Kaido, also, äh, das ist halt der Punkt, man kann es halt bei Kaido genauso lösen, weil, ähm, die einzige Möglichkeit, die ich irgendwie akzeptieren würde, was auch sehr cool wäre, wäre halt wirklich wieder so eine komplette, das wäre halt geil, alle Strohhüte sind wieder an einem Platz, was halt schon extrem selten ist in den letzten Jahren, dass alle Strohhüte an einem Platz sind, aber wenn es so wäre, halt alle Strohhüte an einem Platz und alle hauen ihre stärkste Technik raus und die Kombo setzt dann Kaido richtig hart zu, weißt du, weil man ja auch gesehen hat, dass zum Beispiel so ein Frankie mit seinem Beam die Tür kaputt machen konnte, die Sanji nicht kaputt machen konnte und so, weißt du, das heißt, die anderen haben ja auch irgendwo noch eine starke Attacke, mit der sie ein bisschen Impact haben und wenn die Kombination aus allen, auch ein Zorro, der dann so seine, sehr, sein Demon freilässt, so mäßig, weißt du, dass du halt einfach von allen irgendwas hast, ähm, und die Kombi aus allen dann Kaido zumindest einen starken Schaden hinzufügt, das wäre okay, weil ja auch schließlich Kaido benutzt ja auch seine Katastrophen und, äh, da sagt ja auch keiner was. Klar, bei Ruffy ist es natürlich so, gegen Doflamingo oder so hätte er safe verloren, wenn Lore nicht da gewesen wäre und, ähm, und auch in späteren Kämpfen ist es halt so, dass Ruffy halt immer in den ganz entscheidenden Momenten immer die passende Hilfe hatte oder in einem Gegner wie Katakuri, der sich einfach so einen Dreizack, äh, durch den Bauch rammt, weil, ja, Reasons, so, dann, ähm, dann ist es halt, also da, ich weiß nicht, es ist halt einfach schwierig, so eine brachiale Beste wie Kaido, äh, so fallen zu lassen, die Frage ist halt, in welchen Arc packt man ihn dann rein, weil One Piece ist halt in relativ finalen Zügen, was, äh, die Länge der Story angeht, also es wird jetzt, klar, One Piece geht noch lange, aber der Abschnitt, der quasi noch abgehandelt wird, der ist nicht mehr so allzu lange und man hat dann noch die Möglichkeit L-Bahn, ist halt auch schwierig, L-Bahn passt zu Kaido so wegen den Riesen, aber es passt auch zu Big Mom, ist halt die Sache, ne, und es passt auch zu Shanks irgendwie wieder, ne, so, und dann hat man halt auch wieder alle Kaiser im Boot, weil auch bei Shanks glaubt man ja, das ist die Möglichkeit gibt, dass Shanks auf Hanukuni kommt, weil er sagt, dass es Zeit wird, Ruffy zu treffen und eigentlich müsste jeden in der Welt bekannt sein, wo Ruffy gerade ist, weißt du? Ja, das ist bekannt, also, das ist safe, also deswegen glaube ich auch, es könnte jetzt auch, könnte sein, dass Shanks noch auftaucht, es kann so viel noch passieren, das Ding ist, weißt du, ich hab's, ich sag's jetzt mal hier in dem Podcast als erstes, Leute, also ihr habt's, hier ist es archiviert, hier in dem Podcast, so, ich hab's jetzt reserviert, Leute, also wenn's denn so ist, nein, es liegt auch nahe, dass es so passiert, und zwar, dass sie jetzt noch Big Mom erstmal natürlich benutzen, um das ganze Gefängnis da zu zerstören, aber es könnte auch sein, dass sie Big Mom komplett benutzen, äh, beim Feuerfestival von Unikashima und wir gegen Kaido vielleicht ausspielen, so, weil safe ist, Kaido wird fallen, so, safe, also das muss sein, Kaido muss fallen, weil Wano Kuni, das ganze Königreich und so ist da komplett am Arsch, so, Momo ist da, Momo will das Königreich zurückerobern, so, die sind ja jetzt da, dass die jetzt da vielleicht irgendwie so ne Teil, äh, so ein Teilsieg wie bei, bei Whole Cake Island jetzt machen und dann weiterziehen, so, mit, mit den Leuten, das, damit ist es diesmal nicht getan, so, das geht nicht, weil das Königreich muss ja gerettet werden, weißt du, die ganzen Leute, die da leiden, Momo, die Schwester, die sind ja alle da und die können da nicht sagen, okay, oh, wir haben jetzt den Katastrophesieg, Kaido haben wir nicht geschafft, okay, die chillen noch hier, Orochi ist auch noch am Start oder keine Ahnung, ähm, wir segeln erstmal weiter nach Elban, wir nehmen die dann mit, so, das, das geht da nicht mehr, also das muss, äh, Kaido muss da fallen, deswegen, wir müssen, also es muss dazu jetzt ne Lösung gefunden werden, ähm, und ein fairer 1 gegen 1 Kampf, also ich wünsche mir noch, dass wir einen Kampf haben, Ruffy gegen Kaido, das wird auch 100% passieren und dass wir sehen, Ruffy ist stärker geworden, Ruffy ist kein One-Hit mehr, Ruffy kann ihn vielleicht sogar verletzen, dass er blutet oder so, aber unterliegt ihm letztendlich, äh, und dass eventuell dann Big Mom aber benutzt wird, ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass das noch lange gezogen wird von Oda mit den Erinnerungen und dass sozusagen Big Mom wirklich als Werkzeug benutzt wird von Lorne, sodass sie schnell checken, weil Chopper hat sie ja letztendlich schon benutzt, das war ja von vornherein Choppers Plan, Chopper ist eigentlich ein fucking Genie, so, hat gesagt, ja, da im Udon-Gefängnis, weil die wussten, Ruffy ist da, da gibt's die fucking Suppe, diese, diese Bohnensuppe, dieses, äh, Oshiroko, oder wie das heißt, diese, und deswegen, ja, komm da hin, äh, und, und sie dreht einfach durch und, und sie wird da komplett benutzt und hat die Gitterstäbe da jetzt, ähm, das, ähm, das, im letzten Chapter, hat sie die Gitterstäbe einfach, wo sie sich gefragt haben, wie sie vorbeikommen, sie hat die einfach zerprügelt mit einer Faust, also auseinandergebogen so, also die richtig krassen, dicken, fetten Metall, äh, Stäbe da, äh, und ich kann mir vorstellen, dass sie danach auch noch weiter benutzt wird, jetzt dreht sie natürlich erstmal durch, weil diese Ushiroko da gar nicht da sind, jetzt gerade, weil Ruffy die weggefressen hat, aber ich denke mal, wenn Chopper mit der nächsten Nahrung, beziehungsweise wenn Sanji dann irgendwie mit was Leckerem kommt und sie noch immer ihre Erinnerungen nicht wieder hat, dann kann sie wirklich als Werkzeug die ganze Zeit benutzt werden und das ist nicht irgendein Werkzeug, das ist das Stärkste, was dann die Strohallianz da zu bieten hat. Also wenn sie Big Mom haben als Werkzeug, als Waffe, es gibt nichts Stärkeres, es gibt nichts Krasseres und wenn sie sagen, ja hier, äh, Kaido, der Typ mit den Hörnern, der hat das ganze Essen weggefressen, so, geh auf ihn rauf oder so, Alter, dann gibt's da einen richtig krassen Kampf, keinesgleichen und ich kann mir vorstellen, dass es so auch, äh, dass die Kai sozusagen, dass wir dann die Vergangenheit vielleicht erfahren noch so, was da passiert ist oder so von Kaido, äh, keine Ahnung, irgendwie sowas, dass er versucht ihr das zu erklären oder so, weil er schuldet ihr einen Gefallen, aber sie greift ihn an oder irgendwie so ein Kram, weil sie gar nicht mehr dieselbe ist oder so, ähm, aber trotzdem ist sie ja eine tickende Zeitbombe und deswegen ist es eigentlich zu gefährlich für die, aber trotzdem müssen sie's machen und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass die beiden Kaiser so aneinander, äh, ausgespielt werden, dass die beiden letztendlich gegeneinander kämpfen, also, ich sag mal so, ich bin mir zu mindestens 80% sicher, dass Big Mom immer noch auf der Seite von Ruffy und so sein wird, ähm, beim Feuerfestival, das sie da benutzen, weil, ich weiß nicht, bei Big Mom hatten sie ja diese KX-Launcher, diese komischen Raketenwerfer, die Caesar gemacht hat und dieses Bild von Mutter Karamell, damit sie auf die Knie fällt und damit sie dann sie angreifen können, aber, äh, nochmal sowas durchdachtes, krasses mit irgendwelchen zufällig krassen Waffen, die sie da in der Hinterhand haben oder so gegen Kaido, ich weiß nicht, irgendeinen Plan werden sie haben, aber nochmal sowas in der Art glaube ich nicht, deswegen ist sowas jetzt gerade wie gerufen für die, so eine Big Mom, oder? Ja, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch, also wenn man es wirklich schafft, Big Mom dahingehend auszunutzen, wie gesagt, Essen ist hier der, der klassische Move, so, auch selbst wenn man, selbst wenn jetzt die Story natürlich, dass so, ja, Kaido hat das ganze Essen, aber er will es dir nicht geben, selbst das braucht man ja nicht mal, man kann ja auch einfach einen Sanji, der sagt, äh, er wird dir alles zu essen machen, was du willst, wenn du ihn besiegst, so, das reicht ja auch schon, weißt du? Ja, ja. So, und dann, dann addst du Big Mom auch schon auf deiner Seite und wenn dann zum Beispiel, dann könnte ja auch, also Big Mom ist stark, aber durch ihre, durch ihre eingeschränkte Erinnerung, ähm, würde sie wahrscheinlich Kaido auch irgendwo wieder unterliegen, sie hat ja auch selbst gesagt, dass Kaido ein Monster ist, mit dem man sich nicht anlegen soll, das hat ja, äh, das hat sie ja auch schon zu Ruffy gesagt, wo Ruffy meinte, dass er, ja, dass er alle Kaiser stürzen wird, ähm, meinte er auch so, ja, du willst Kaido stürzen, so, von dem Monster, das, das, das kann man nicht, so. Und, ähm, da wäre es halt auch zum Beispiel ein nicer Move, wenn dann zum Beispiel eine Nami auch Zeus, äh, rausholt und Zeus braucht sich ja nur quasi mit Big Moms Hand verbinden und, äh, zack, hat Big Mom schon wieder ein heftiges Power-Up am Start, weißt du? Dass sie dann halt wieder, ähm, wieder an eine Stärke anknüpfen kann, die ihr hilft, um dann gegen Kaido anzutreten. Und natürlich, wenn man dann die anderen Strohhüte mit von der Partie hat, hätte man definitiv eine kleine Chance, zumal Queen gerade im Boden gerammt wurde, Jack, wir wissen, dass Jack gegen, äh, Jinbei kämpfen wird, auch ein Jinbei, der dann noch kommen wird und so, ähm, das sind halt alles so Sachen, wo man eigentlich die Katastrophen relativ easy, sag ich mal, verteilen kann. Auch einen King könnte man bestimmt guten Gewissens auch einen Zorro überlassen, was halt ultra geil wäre. Und, äh, dann hätte man halt so die Katastrophen relativ easy abgehandelt und eine Big Mom mit dem Power-Up könnte, dann mit Ruffy gegen Kaido kämpfen, das wäre sehr, sehr gut. Aber, ja, ich würde sagen, wir kommen mal zu Blackbeard, oder? Ja, also, ja, genau, ich wollte doch kurz was für den Katastrophen sagen und zwar, ich glaube auch, also die, also ich kann die, ich nehme sie natürlich ernst und auch jetzt gerade letztes Chapter, also, also vorletztes Chapter hat gezeigt, dass, also Ruffy hat ja nur eine ganz normale Gum-Gum-Pistole gegen Queen gehauen, aber der hat die einfach mit einer Hand so weggehauen, so als wäre es nichts, so wie ein Stück Scheiße hat der Ruffy einfach weggehauen. Aber jetzt halt die Sache, wie doll ist Queen angeditscht von der, von dem Angriff von Big Mom, so, hat ihn das richtig zu schaffen gemacht und oder nicht, so, weiß man nicht. Aber Jack, wir haben ja Jack auch zum Beispiel gesehen, dass der schon gegen diesen dicken Shootin Maro, gegen diese Ashura Doji, diesen komischen dicken Typen, dass der da schon mehr oder weniger, ich will nicht sagen, die waren nicht ebenbürtig, aber die haben gegeneinander gekämpft, so, und es war relativ ausgeglichen, so, vor dem ersten Blick, so. Und dann haben wir noch auf dem Stärkeniveau wie Ashura Doji, der jetzt auch wahrscheinlich da in der Allianz ist, haben wir noch, ähm, Denjiro und Kawamatsu, die auch richtig genauso auf dem Level sein sollen. Also, alleine die drei krassen Samurais von Kinomon, die ja geholt werden müssen, ich sag mal so, die sind fast ein Äquivalent zu den Katastrophen. Also, das sollte fast kein Problem sein, die da irgendwie zu stürzen. Auch, wir haben ja dennoch Nekumamushi, Inorashi, die auch schon, wie ein Stück Scheiße den Boden aufgewischt haben, so, und die waren ja nicht mal in ihrer Sulong-Form. Also, wenn dann Vollmond ist, was möglichst wahrscheinlich genau berechnet ist beim Feuerfestival, das wird ja Nacht sein, äh, dass dann Vollmond auch ist, dass die Minxer komplett eskalieren können, die gibt's ja auch noch, dann haben wir noch Law, ich weiß nicht, dann haben wir noch Ruffy, Zorro, wir haben ja richtig krasse Leute und Marco, der vielleicht noch um die Ecke kommt, wir wissen's nicht, aber, also, ich denk auch so, das größte Problem wird einfach Kaido selbst sein, aber wenn sie dann noch Big Mom haben, plus dann vielleicht noch Kit, der auf deren Seite mitkämpft und noch, äh, das könnte, also, eigentlich ist es mehr auf der Seite von Ruffy zurzeit, stärketechnisch, würde ich fast sagen, das einzige Problem ist halt nur Kaido, das ist das einzige Problem und Kyushido, den darf man auch nicht vergessen, der auch, äh, da hat Zorro jetzt, äh, im Chapter, das musst du dir angucken, der hat, Zorro hat da richtig geschwitzt so und richtig gefragt, what the fuck, was passiert hier, der ist voll krass und der lächelt nur so ein bisschen so scheinheilig so, das ist echt krass, also, der kann auch stark sein und das wird wahrscheinlich so, der wird wahrscheinlich so Katastrophenlevel sein, aber, ja, jetzt haben wir, ey, jetzt haben wir so viel über Wano Kuni noch geredet, aber, lass uns mal zu Blackbeard kommen. Wie gesagt, Big Mom, ähm, ja, am Ende kommen wir zu dem Resümee, was wir glauben, mit den einzelnen Kaisern auch mal so einen Satz, das versuchen wir zu erinnern. Wir machen am Ende auch mal, würde ich sagen, so eine, so eine Rangfolge, in welcher Reihenfolge, glaube ich, die Kaiser dann gestützt werden, weißt du, dass man dann so Genau, jeder macht mal so seinen Dings, seine Prediction, seine Prediction, seine, äh, seine Vorstellung. Ach so, von wen er auch besiegt wird am Ende. Ja, ja, genau, so, damit wir einfach mal so, da könnt ihr dranbleiben, Leute. So, dann kurz zu Blackbeard kommen, ähm, ja, was glaubst du, also Blackbeard, da hast du ja auch schon erwähnt, du bist ja auch eigentlich sicher, der wird sterben, ne? Ja, also, Blackbeard ist halt, ähm, also erstmal würde ein Ruffy, weiß ja, dass Ace Hinrichtung an Blackbeard liegt, ich möchte damit nicht sagen, dass Ruffy Blackbeard direkt töten würde, so mäßig, so Messer in die Kehle und Schau, sondern, äh, ich kann, also, ich kann mir keine Welt vorstellen, in der Blackbeard, der definitiv Piratenkönig werden möchte und auch die Mittel dazu hat, äh, in derselben Welt lebt, wie Ruffy, der Piratenkönig ist, weißt du, am Ende, so, das heißt, ein Ruffy, der Piratenkönig ist, wir, also, ich, wenn am Ende, da steht, äh, nicht mehr steht, to be continued, so mäßig, sondern einfach die End, so, und da ein Ruffy Piratenkönig ist und ein Blackbeard irgendwo auf einer Insel steht, dann ist das für mich kein richtiges Ende, so, das darf nicht sein und deswegen muss Blackbeard irgendwie sterben und ich meine, es gibt ja auch hunderttausende Leute, die gefühlt Blackbeards Kopf wollen, ich meine, allein die ganzen Whitebeard-Piraten würden dazu definitiv nicht Nein sagen und, ähm, und, ja, generell fände ich das, fände ich es okay, wenn man halt wirklich so Ruffy, der, also, in One Piece lässt man ja definitiv Charaktere sterben, auch gerade war eine Kunise wieder sehr brutal zum Teil und, ähm, Ruffy tötet halt die Leute nicht, weil die Niederlage die Leute schon so demütig, dass sie aus ihrer Position sowieso gekickt werden und meistens werden die Leute ja dann sowieso nach Impel Down gebracht oder so, ähm, aber jetzt ist wirklich so ein, also, Blackbeard ist so ein Charakter, wo ich wirklich sage, wenn die beiden bis zum Schluss kämpfen und dann einfach Blackbeard auch, äh, ja, auf dem Boden fällt und seinen Wunden erliebt, so, dann wäre das okay, wenn das so der erste Kill von Ruffy richtig wäre und, äh, und das würde passen, so, weißt du, wenn dann einfach auch so Blackbeard ihn töten möchte und Ruffy wehrt sich mit einem Mitteln und tötet ihn dann halt, so, weißt du, das ist ja auch, äh, nicht so abwegig und gerade auch hier natürlich die Chance ist, ähm, gegeben, dass ja Blackbeard auch vorher noch Shanks tötet und dann wäre sowieso Ende im Gelände für Ruffy und, äh, dann ist alles möglich, weißt du? Also, ich glaube auch, der erste Kill, so, der erste, viele können sich jetzt wieder in den Kommentaren streiten, natürlich so, ja, der hat schon getötet hier, die Pazifister bluten auch und so, nein, also, offiziell sowas, also, ich hab, ich hab sogar mal ein Video gemacht, alle Kills von Ruffy oder so ein Scheiß, also, wo man, äh, sich drüber streiten könnte, aber... Ich hab das gesehen, ich hab das gesehen, ja, also, da sind auch meistens, da sind wirklich Sachen, wo man sagen könnte, okay, das ist, äh, es soll von Uda halt nicht so offiziell sein, dass Ruffy jetzt da wirklich von eigenen Intentionen jemandem das Leben nehmen will, so, das, also, das hat Uda noch nie so irgendwie geschrieben beziehungsweise gezeichnet, dass Ruffy das so will, deswegen, ich kann mir vorstellen, dass wirklich da vielleicht, vielleicht sogar auch ein Kaido, so, vielleicht kann Kaido auch, vielleicht äußert er in dem Kampf hat dann auch den Wunsch so zu Ruffy, dass er ihn töten soll, ich weiß es nicht, das wäre natürlich ein bisschen zu dramatisch, so, ich weiß nicht, könnte sein, aber ansonsten, ähm, wie gesagt, ansonsten ist halt ein Blackbeard die Nummer eins, weil er ist der Einzige, wo man sagen könnte, okay, das kann man, kann man verkraften, so, als, als, als Kill, so, und ich glaube auch Ruffy selbst, weil, es wurde zwar immer gesagt, die Träume zu, aber ganz ehrlich, den Traum von Blackbeard zu zerstören, ne, das ist ja, also, da muss man ihn ja wirklich, ich glaube, den kannst du nicht so, den kannst du nicht so besiegen, du kannst nicht ihn einfach so zu Boden hauen, der ist so vom, vom, äh, vom Schlag Freezer, wollte ich fast schon sagen, der immer wieder dann so einen Huren so gut macht. Ja, genau, das ist ein sauguter Vergleich, genauso wie Freezer, weißt du, man, selbst wenn man den noch so, so, selbst wenn du den noch so mit letzten Mittel, äh, also, als Beispiel, Ruffy gewinnt gegen Blackbeard und da kommen hunderte Leute mit Speeren auf Blackbeard zugelaufen und Ruffy sagt, hier, hier hast du noch eine Pistole, nimm die und verteidige dich gegen die Wunderte, aber du musst es selbst raus schaffen, er würde sich umdrehen und Ruffy abschießen, so, so einer ist Blackbeard nämlich und das ist nämlich der Punkt, ich könnte mir auch bei Blackbeard einfach vorstellen, dass er mit Ruffy kämpft und dann irgendwann Blackbeard so Wildbeard mäßig einfach, ja, einfach umkippt und dann an, an der Erschöpfung oder daran stirbt, also nicht, dass Ruffy ihn mit einem Schlag bewusst, also Blackbeard liegt am Boden und Ruffy weiß, dass er den Kampf an sich gewonnen hat, aber schlägt dann nochmal zu, um ihn zu töten, das glaube ich jetzt auch nicht unbedingt, dass Ruffy da so, ja, so auf die brutale Schiene geht, aber einfach, dass dann irgendwann so dieser Punkt erreicht ist, wo nur noch einer von beiden dann da steht und der andere einfach aus Erschöpfung, ja, dass da dann die Reise für den zu Ende ist, so, weißt du, aber es ist saugut, was du sagst, es ist wie bei Freeza, dem brauchst du nicht noch irgendwas machen, so, weil, wenn du dir ein Messer oder eine Knarre in der Hand drückst, der wird trotzdem auf dich schießen, so, weißt du, deswegen, das ist ein sauguter Vergleich. Der letzte Lebenspunkt, den er besitzt, wird er noch nutzen, um Ruffy zu töten, so, also, ich glaube wirklich, also, das ist so ein Typ, so, und ich würde, es würde sich auch cool finden, wenn Sabo vielleicht den Kill machen würde, letztendlich, aber... Oh, ja, das wäre, ja, es gibt so viele, die Blackbeards kommen, weißt du, wo es auch cool wäre. Erstmal, die ganzen Revos, alle Whitebeer-Piraten, alle Revos wollen Blackbeard tot, so fangen wir schon mal an, so, weißt du, das sind schon mal alle, die tot haben wollen, so, dann, dann gibt es bestimmt auch zahlreiche andere Leute, die ja, ähm, ich meine, man sieht ja auch schon, dass die Blackbeard-Piraten haben ja auch ganz viele einzelne Leute, die irgendwelche kleinen Städte angreifen, beispielsweise Pinkbeard oder so, der dann eine Stadt angreift, das heißt, auf der ganzen Welt sind überall Leute, die von den Blackbeard-Piraten an sich angegriffen werden, und auch die Weltregierung, man, die will den ja auch tot haben, so, weißt du, es gibt so viele Möglichkeiten für diesen Charakter, und das wäre ja auch so ein Punkt, wenn, ähm, wenn, sag ich mal, irgendwo, der Standort ist jetzt egal, egal auf welcher Insel oder auf welchem Arc-Abschnitt, aber wenn Ruffy gegen, äh, Blackbeard gewinnt und dann sieht, dass die Marine kommt mit einem Admiral oder sonst was, dass, äh, dass dann Ruffy ihn ja auch einfach der Weltregierung überlassen kann, weil wir wissen, wenn Blackbeard, also, Blackbeard, den packst du nicht mehr in Impel Down, die wissen ja selbst, dass er auch in Impel Down drin war, sich da mal gerade ein paar Leute mitgenommen hat, sowohl Häftlinge als auch einfach Mitarbeiter, so, weißt du, und, ähm, und die in seine Crew gepackt hat, das heißt, den packst du nicht in Impel Down, den würdest du auch hinrichten. Und das wäre auch eine Möglichkeit, dass man einen Kaiser hinrichtet. Also, dass, man, man geht ja immer davon aus, so, der wird von Ruffy getötet, der wird von anderen Kaiser getötet, aber natürlich, die Möglichkeit ist auch gegeben, gerade hinsichtlich Akainu und so, der da ja ein prädestinierter Kandidat für ist, äh, die Weltregierung, dass die einen Kaiser tötet, ist definitiv auch eine Möglichkeit. Ey, man muss mal ganz ehrlich an der Stelle jetzt nochmal sagen, stell dir mal vor, du wärst jetzt oder, das wär doch so ein Druck, du hast jetzt so eine Last auf deinen Schultern. Du, oh, wie soll man das zu Ende bringen? Also, ey, du, du, also, selbst wenn ich mir, also, wenn wir uns jetzt das, wir haben ja so jetzt auch schon viele Ansätze gebracht, so, ja, Big Mom wird benutzt oder Ruffy und Kidd und dann später macht Ruffy, irgendwie wäre das alles noch nicht so das Gelbe vom Ei, so, weißt du? Und, und, oder, das ist zu krass einfach. Ja, vor allen Dingen, überleg mal so, an allen hättest du irgendwie wieder was zu nörgeln. Wenn du Big Mom benutzt, um Kaido fertig zu machen, dann würde man sagen so, oh ja, aber hätte jetzt Big Mom keine Amisi gehabt durch den, äh, durch den Angriff ganz am Anfang, dann wären die Strüte am Arsch gewesen oder was. Und die Leute, die sich da von Wano Kuni geopfert haben, ihr Leben geopfert haben, damit dieser Tag kommt, äh, sind quasi auf den Zufall gestorben, dass Big Mom durch ihre Amisi ausgenutzt wird, so. Oder auch, äh, einen, ja, also, so, an jedem könnte man auch irgendeinen Punkt finden, wo man sich dann denkt, ah, scheiße, das wäre auch so irgendwie geil gewesen. Und auch ein Kaido, stell dir mal vor, Ruffy lernt eine Technik oder so und merkt so, boah, das lässt sich mit Gear kombinieren und das wird von Oda richtig gut erklärt und so und er haut dann einfach ein Kaido um und man, aber auf der anderen Seite würde man sich einfach denken, hm, so, weißt du, so, es ist, es ist geil, man würde es sehen und man würde die heftigsten Panels in ganz One Piece sehen, aber man würde sich immer auf der anderen Seite so denken, ja, ähm, war das jetzt so richtig, so, weißt du, aber, äh, also, aber das Ding ist, ich hab da absolut gar keinen Zweifel, Oda hat mich da noch nie enttäuscht, Alter, der schaukelt da schon, aber ich glaub auch, der wird's abends schwer haben, einzuschlafen, der Kollege, du hast so einen Scheißdruck, weil auf der, das muss man sich ja mal vorstellen, also, grad absolut off-topic, aber man muss sich ja mal vorstellen, da sitzt ein Mann, der hat natürlich, äh, Editoren, die ihnen, ähm, die dabei helfen quasi, dass alles ein bisschen rund ist, die helfen auch beim Zeichnen und so, aber es gibt ja einfach auch den, den Aspekt, dass auf der ganzen Welt, auf jedem Kontinent, aus jedem Land gibt es Hunderttausende und Millionen von Fans, die nur darauf gucken, was du in diesen 15 Seiten pro Chapter machst und wenn da ein Fehler ist, dass dann direkt, auch gerade bei One Piece, wo sich so Millionen von Theorien umherspinnen, dass da einfach auch direkt 100 Leute hellhörig werden und sagen, ah, da ist aber ein Fehler, da ist aber ein Fehler, so und deswegen, da wird die Luft dann extrem schnell, extrem dünn für Oda, das heißt, der Typ, der hat bestimmt einen ganz anderen Druck, ich glaub, der hat mehr Druck, als jeder andere jemals erfahren wird, so, also, da ist keine Prüfung oder sonst irgendwas, also, vergleichbar. Das tut mir auch so leid, dass der, er muss wirklich mit Leuten darüber reden, ey, weil diese, also, so Charaktere zu töten, beziehungsweise ein Ende zu finden mit so krassen Charakteren, ich glaub, das Ganze jetzt aufzubauen, das ist ja auch schon alles Arbeit ohne Ende, der muss ja wirklich wie so ein, wie so ein Detektiv da in seinem Raum sitzen, da weißt du, die immer so eine Wand haben, so eine Pinnwand, wo immer alles verbunden ist, mit so Fäden, so was zusammenpasst und was irgendwie, das muss ja richtig krank, also, das ist ja absolut heftig, deswegen, ähm, lassen wir uns jetzt mal zu Shanks kommen, also, Blackbeard, dass der irgendwann stirbt, so, wie auch immer, wie dramatisch und was davor noch alles passiert, das steht natürlich in den Sternen, aber, ähm, letzter Kaiser, Shanks natürlich, ähm, also, das Ding ist, Ruffy hat letztens nochmal erwähnt, dass er alle Kaiser besiegen will, so, stürzen will, und er hat ja auch damals, glaub ich, die, ich glaub, bei Lore, genau, hat er da vier Finger gezeigt oder so, und natürlich, also, ja, und er hat ja auch gesagt, dass, äh, äh, also, Lore hat ihm ja diesen Plan gesagt und man hat nicht, also, am Anfang hat man verschleiert, wen Lore meinte, später hat sich ja herausgestellt, dass er Kaido meinte, ähm, und dann meinte, ja, Ruffy ist okay, solange Shanks nicht der Erste ist, so, weißt du, das ist das Ding, so, und das muss, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das heißt, Ruffy möchte schon, also, natürlich möchte Ruffy nicht mit einem Messer dahin gehen und Shanks abstechen, aber er möchte, äh, sich irgendwann mit Shanks messen, um zu sehen, ob er reif ist, dieses Level zu erreichen, so, weißt du, weil auch ein Ruffy, äh, das Ding ist, Ruffy wirkt halt immer so dumm, aber man muss auch sagen, auch ein Ruffy weiß natürlich, dass die Kaiser das oberste Gebot sind und damit er als Piratenkönig das sich auch verdient hat, muss er jedem Kaiser zumindest einmal gegenüber gestanden haben, um zu, also, um einfach zu wissen, okay, diese Person bin ich nicht gewachsen, ich bin gar nicht bereit dafür und es wäre halt ultra schade, wenn man halt ein Shanks, also, wenn ein Shanks stirbt und Ruffy dem nie begegnet ist, wäre das natürlich emotional 10 von 10, weil dann einfach so viel fehlt, was Ruffy noch abschließen muss mit Shanks, ähm, aber auf der anderen Seite hätte man dann immer das Gefühl, weil man ja auch weiß, dass Shanks das höchste Kopfgeld von allen Piraten hat, äh, dass dann, dass man sich dann irgendwie so denkt, so, ja, aber hätte Shanks nicht vielleicht Ruffy besiegen können, so, weißt du, also hat er nicht einfach nur Glück, dass Shanks dann auf seiner Seite war, weil wir wissen auch, Shanks ist, man denkt immer, Shanks ist so voll der gutmütige Typ und das ist er auch irgendwo, aber auf der anderen Seite versteht er auch keinen Spaß, wo zum Beispiel, ähm, Ace auf dem Weg war, um sich bei Shanks zu bedanken, ne, da, da kam ja Ace auch da rein und dann meinte Shanks ja auch so, äh, sag, was du hier willst, so, und hat schon so, so mit einem Schwert so angedeutet, ein Schritt weiter und du gibst jetzt keine passende Antwort und deine Reise ist hier zu Ende, weißt du, so, das heißt, er macht keine halben Sachen und auch bei Kit, muss man mal sagen, dem wurde einfach der Arm abgeschnitten von irgendeinem von den Shanks-Piraten oder von Shanks selbst, so, das heißt, die machen da auch keine halben Sachen, die sind auch nicht ohne Grund da in der Position, wo sie sind. Aus Kit haben sie eine halbe Sache gemacht, den haben sie einfach, also ich bin echt gespannt, was da passiert ist, ey, also wirklich, oh Mann, ey. Aus denen haben sie eine halbe Sache gemacht. Das ist echt krass, so. Ja, also ich, ich, sie werden kämpfen, ähm, Shanks, ob Shanks stirbt, die Frage ist halt, ähm, viele, es liegt halt nahe, beziehungsweise es passt einfach auch so, die Frage ist, ob Oda das jetzt überhaupt noch so macht, weil viele das schon annehmen, dass halt eher, also das Shanks am Ende draufgeht aufgrund von Blackbeard oder so, dass die beiden nochmal, weil Blackbeard meinte, oh, es ist jetzt noch nicht an der Zeit, dass wir kämpfen oder so, aber bei Marineford hat er das gesagt. Und wenn die beiden sich jetzt nochmal treffen wird, ich kann mir vorstellen, das wird, das wird ein krasser Kampf, natürlich, aber ihr müsst ja bedenken, Blackbeard hat auch so schon ohne Teufelsfrüchte damals den Shanks diese Narben verpasst und so, also, dass seine, ich sag mal, seine Logia-Frucht jetzt, sie bringt, also Shanks ist ja höchstwahrscheinlich kein Teufelsfrüchte und so, deswegen bringt ihn, bringt ihn die, die finsterne Frucht letztendlich, dieses Annullieren von Teufelsfrüchte, das bringt ja gegen Shanks da nichts, aber trotzdem kann er immer noch Sachen einsperren in der Dunkelheit und hat auch die Bebenkraft und so, das ist natürlich nochmal ein krasses Power-Up für ihn. Ich kann mir auch vorstellen, dass, also ich glaube wirklich, Shanks ist richtig krass, Shanks ist einer der, wenn nicht der heftigste, aber ich glaube wirklich, Blackbeard ist nochmal ein mühekrasser. Und dass er ihn dann am Ende besiegt, so, ne? Ja, stimmt schon, eigentlich stimmt er schon, weil Blackbeard ist halt so, ja, Blackbeard kann man nicht einschätzen, weil man, das Problem bei Blackbeard ist halt, also man sieht Kaido, man sieht Big Mom und man sieht Shanks und man weiß, durch Ruffy logischerweise, weil Ruffy schon einen Schlagabtausch mit Kaido und Big Mom hatte, weiß man, dass er ihnen nicht gewachsen ist, dass die Sache bei Blackbeard ist halt, dass man schon gesehen hat, wie Ruffy auch einem Blackbeard einfach mal einen heftigen Punch gegeben hat und Blackbeard winselnd am Boden lag, so, weißt du, in Impel Down. Und das ist halt so die Szene, wo man sich so denkt, ah, okay, Ruffy kann sich da durchbeißen, so, weißt du, so, der kriegt das schon irgendwie hin, aber bei Kaido hat man das Feeling halt nicht, aber schlussendlich muss man einfach sagen, dass Blackbeard überhaupt nicht mehr zu vergleichen ist mit der Person, die er mal war, so, und, ähm, oh, er hat auch einfach die Bebenfrucht, so, weißt du, deswegen, das, äh, da, das ist nicht mehr zu vergleichen mit damals. Ich würde sagen, vielleicht, äh, machen wir das doch einfach mal jetzt, ähm, sag mal, deine Reihenfolge, in welcher Reihenfolge du glaubst, welcher Kaiser wird als erstes fallen oder besiegt werden oder abgehandelt werden oder sterben, je nachdem, einfach die Reihenfolge und dann danach nochmal jeder Kaiser, was glaubst du, wird mit dem passieren, wird der nur besiegt, getötet oder irgendwas anderes? Also, ich glaube, abgehandelt beziehungsweise besiegt wird, ähm, als erster Kaiser so richtig Kaido, um ehrlich zu sein, ist zwar jetzt, also, ich will jetzt so vieles wieder begründen, aber ich versuch's kurz zu halten, weil ich glaube, dass die Amnesie wirklich von Big Mom genutzt wird erstmal, ähm, und dass Big Mom dann wirklich gar nicht besiegt werden muss. Ich hoffe, das bleibt so, ich hoffe, Pudding hat da wirklich ihre Finger im Spiel, das wär so geil, wenn das mit der Amnesie so bleibt, weil Big Mom ist krass, Big Mom ist cool, Big Mom ist ne Kaiserin, okay, aber um ehrlich zu sein, ganz ehrlich, wünschen wir uns jetzt so einen All-Out-Kampf mit Big Mom und Ruffy, so, ich weiß nicht, also, da fand ich das in dem Arc mit Katakuri schon wesentlich geiler und auch angemessener und Big Mom ist halt immer noch ne dicke alte Frau, so, die vom Charakterdesign und so, das wäre halt vom Setting nicht so geil, wenn Ruffy jetzt, deswegen wünsch ich mir das eigentlich, dass das jetzt noch mal so breit getreten wird, äh, Kampf gegen Big Mom und so, wünsch ich mir eigentlich nicht so, deswegen hoffe ich, dass sie mit der Amnesie, beziehungsweise dann auch aufgrund von Essen, dass sie einfach wirklich dann zur Ruhe kommt, irgendwann sich zu, ja, einen Ruhestand geht, wollte ich fast schon sagen, sie ist ja jetzt schon über 60, 68 glaube ich schon, ähm, dass sie sich einfach jetzt zur Ruhe setzt, dass sie jetzt auch einmal benutzt wird von denen oder so und dann vielleicht mit der Amnesie oder vielleicht auch sogar schon ohne die Amnesie, aber, okay, ohne Amnesie wird schwer, weil sie da wirklich auch diesen Hass gegen Ruffy hat und so und auch diesen, dieses Verlangen an Piratenkönigin werden und so, also sie müsste dann wirklich in der Amnesie bleiben, aber wie ich Oda kennen, wird er am Ende die Bombe platzen lassen und sie hat ihre Änderung wieder und dann ist alles eh für den Arsch und dann kann ich mir auch vorstellen, dass Big Mom zuerst fällt, aber wenn das so bleibt, kann ich mir vorstellen, dass Kaido der Erste ist, der fällt, ähm, es ist natürlich alles so utopisch, das jetzt zu besprechen, gerade in diesem Arc, aber, ähm, ja, ich glaube, ich sag mal eine Reihenfolge, ich sag jetzt einfach kurz eine Reihenfolge, ich glaube, oh, ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht aussprechen, es ist immer im Kopf noch so, okay, ich sag Kaido, Big Mom, Shanks, Blackbeard, so sag ich, ja, obwohl eigentlich, sag auch mal, sag auch mal, wer davon stirbt und wer davon besiegt wird, also ich glaube, also einfach, ganz, ganz final ein Satz, Kaido, tot, durch, bla, Shanks, du, versuch's einfach mal, doch, ich will jetzt hier eine klare Antwort, okay, pass auf, ich sage, natürlich ist jetzt hier, warte ganz kurz, Disclaimer, natürlich an alle Zuschauer, 90% davon wird bei uns beiden nicht stimmen, aber das wird bei keinen stimmen, weil halt Uda da natürlich noch was im Hinterkopf hat, was man sich jetzt auch einfach noch gar nicht vorstellen kann, weil Wano Kuni ist gerade noch in den, ja, in den Startlöchern, so, äh, deswegen natürlich ändert sich da noch viel, aber es geht ja nur so um den, um den Grundgedanken, okay, pass auf, deswegen, pass auf, ich sag, Big Mom wirklich, äh, wird geregelt, sag ich mal, geht, äh, zurück, beziehungsweise ihr Groll wird gelegt irgendwie, ähm, oder sie knockt sich zusammen, also beziehungsweise oder tötet sich zusammen mit Kaido in einem All-Out-Kampf vielleicht, dass wir mal sehen, wie die zwei Kaiser gegeneinander kämpfen, All-Out, und dass die beiden vielleicht, äh, sich dann ausknocken aufgrund ihrer Vergangenheit, dass die irgendwas, äh, zusammen haben, was dann noch irgendwie offen ist, oder, dass es dann zu einer Eskalation kommt zwischen den beiden, so, ich hab schon, wieder, ich rede schon wieder so viel, so, dann haben wir Kaido, kann ich mir vorstellen, dass der aber stirbt, äh, vielleicht durch Big Mom oder Ruffy, äh, Shanks stirbt durch Blackbeard, ach, es ist so schwer, alles so kurz zu halten, und, ja, ja, es ist halt so ne, und Blackbeard, es ist so ne krasse Aussage, und Blackbeard stirbt durch Ruffy, also so würde ich das jetzt, äh, kurz und knackig auf den Punkt bringen, also, bei mir ist das wirklich mit Shanks und Blackbeard, das ist für mich in meinem Kopf schon so ein Stein gemeißelt, das wird natürlich aber trotzdem nicht so sein, ähm, aber am hin und hersten bin ich eigentlich bei Big Mom und Kaido, wie das da jetzt gelöst wird, weil es ist gerade so ein hin und her, Big Mom, allein dass Big Mom da jetzt auf dem Wano Kuni überhaupt ist, dann plotmäßig, okay, Erinnerung verloren, sie kann benutzt werden, so, dann, die beiden hatten eine Vergangenheit, so, werden die jetzt kooperieren, werden die gegeneinander kämpfen, aber auf, irgendwie, Big Mom wurde angegriffen, so, also anscheinend sind sie doch jetzt verfeindet, so, what the fuck, das sind so viele verschiedene Gegensätze, die, jedes Mal wird man wieder irgendwie aufs Neue überrascht, so, so, jetzt bist du aber dran. Hm, also, das Ding ist, wir, also, ich hatte gerade voll die klare Vorstellung, die auch größtenteils deckungsgleich, also, Reihenfolge komplett gleich, gehe ich auch mit, Kaido, Big Mom ungefähr zeitnah, dann Shanks und dann Blackbeard, äh, Reihenfolge gleich, und bei Shanks und Blackbeard gehe ich auch mit, also, Blackbeard, Ruffy, Shanks, äh, durch Blackbeard, gehe ich auch mit, ist zur Zeit so der Grundtenor, aber, das Ding ist, bei Big Mom, ich kann glaub, da ist der finale Schachzug Pudding, Erinnerung, zack, Sanjay sagt so, ja, Big Moms Zeit ist einfach vorbei, du kannst sie aber retten, äh, äh, change die Erinnerung komplett ab, ähm, vielleicht, dass auch Pudding ihre ganze, also ihre ganze Fähigkeiten nochmal deutlich weiterentwickelt und dann, ähm, Big Mom, ja, quasi das Leben schenkt, aber so alles nimmt, was so an das Kaisersein und an die Piraterie und so erinnert, dass man Big Mom so löst, bei Kaido wollte ich gerade voll selbstsicher Selbstmord sagen, aber, das ist die Sache, äh, er möchte sich immer selbst umbringen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Oda, einen der wichtigsten Charaktere, der auch einen der längsten One Piece Arcs jetzt bekommt, dass Oda in Manga die Message bringt, yo, da ist jemand, der will sich umbringen und dem gebe ich die Möglichkeit und dann tut er das auch, weißt du, so, das, das ist halt so, ob Oda sein Werk quasi damit beenden möchte, dass relativ am Schluss seiner Geschichte einer der wichtigsten Charaktere Selbstmord begeht und das appreciated wird, dass dann die Leute sagen, nice, er hat's geschafft, so, weißt du, er hat's geschafft, mich selbst umzubringen, das ist halt so ein Tenor, den ich mir nicht vorstellen kann, weil es irgendwie eine komische, äh, ist im Manga sowas rüberzubringen, aber, ah, ich, 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 also, ich glaube nicht, dass Kaido getötet wird, ich glaube es nicht, ich glaube, der wird, ähm, sterblich gemacht und wird sich dann verduften, weil er dann sagt, okay, jetzt kann ich sterben und ich glaube dann, ah, aber das nicht zu zeigen, wäre auch wieder wack, ist, oh, es ist so schwierig, es ist so schwierig, ähm, okay, Big Mom, Erinnerung, abgehandelt, Kaido, Selbstmord, wird nicht stimmen, aber ich, ich sag's jetzt einfach, äh, Shanks, Blackbeard, wird von Blackbeard getötet und Blackbeard wird von Ruffy getötet und ist damit der erste richtige, äh, aktionelle Kill von Ruffy. So, steingemeißelt, so muss es sein, nein, Leute, jetzt seid ihr immer gefragt, also es ist wirklich, es ist wirklich schwer, Leute, ihr schreibt mal wirklich in die Kommentare, wie ihr das glaubt, versucht es auch mal wie, also nicht wie wir, sondern versucht es mal kurz zu halten, wie wir, also so, äh, der, der, so stirbt so von dem und dem, so, also einfach kurz, äh, und knackig und bündig so, einfach mal zu seinen eigenen Gedanken stehen, nicht wie wir Aale immer von A nach B springen und nicht so richtiges treffen, so, also, also ist es auch schwer, wirklich, weil, wir haben es auch schon erwähnt in dem Podcast hier, das ist einfach für Oda die größte Bürde auf seinen Schultern und das überhaupt zu Ende zu bringen, deswegen, ja, ich kann's, ich kann's auch am Ende verstehen, dass das dann auch nicht jeder, es kann gar nicht jeder damit zufrieden sein am Ende, so, und, so ein paar Alternativen haben wir hier genannt, so, natürlich könnte man jetzt, also man könnte wirklich zu jedem Kaiser, wie er fällt, einen eigenen Podcast machen und das stundenlang hin und her spinnen, aber, wie gesagt, es steht in den Sternen und Wano Kuni ist jetzt gerade auch das, was thematisiert wird, Big Mom, Kaido sind da jetzt, also ein Arc, wo alleine jetzt zwei Kaiser involviert sind, gerade auf der Insel zusammen, also, wie krass ist das bitteschön, Leute, da haben wir vor dem Timescape, haben wir da noch davon geträumt, so, dass wir überhaupt einen Kaiser mal irgendwie sehen, oder wir wussten nicht mal, wie die aussehen. So, jetzt ist natürlich zu erwähnen, nächste Woche ist Polycast Pause, aber der darauffolgende wird dafür dann extra, Leute, extra richtig lang, da werden wir, wie gesagt, die Cover-Stories besprechen, also, es gibt ja mehrere Cover-Pages, jedes Chapter hat eine Cover-Page und da gibt's ab und zu, wie gesagt, Storys, so, die wirklich eine Geschichte erzählen, die fortlaufend ist und auch mehrere, also 20, 10, 20 Kapitel manchmal geht, über verschiedene Charaktere, über zum Beispiel die CP9, die sich dann hochgeackert hat, wieder über Karibu, über Enel, halt die ganzen Cover-Stories und auch über, über Warpool zum Beispiel, das mit Jim Bay, wir werden alle wirklich in einem Podcast chronologisch von Anfang bis Ende durchgehen, besprechen und, ähm, ja, auf die Einzelheiten, ja, nochmal eingehen, die auf jeden Fall zu erwähnen sind, damit ihr auch mal mehr oder weniger gebündelt dann in einem natürlich dicken Podcast, ob das, ob das dann noch so als gebündelt gilt, weiß ich nicht, aber habt ihr auf jeden Fall in einem Video, beziehungsweise in einem Audio-Format dann die Cover-Stories mal alle zusammengefasst, das ist, glaube ich, mal ganz interessant und auch für uns, um das mal wieder aufzufrischen, deswegen freue ich mich darauf, auf jeden Fall wird, auf jeden Fall eine längere Nummer, ja, äh, mir hat Spaß gemacht, ich gebe die letzten Worte wie immer an Myrolux weiter und ich bin jetzt erstmal raus. Jetzt gerade, wo du das sagst mit den Cover-Stories, habe ich da voll Respekt vor, weil wenn man mal überlegt, wie viele Kapitel One Piece hat, äh, das könnte ein langer, langer, langer Podcast werden, ich glaube, das wird der längste Podcast dann auf diesem Kanal, weil das wird richtig, richtig umfangreich, aber ich freue mich auch darauf, weil es halt einfach sehr interessant ist und man es im Anime nie sieht und im Manga vergisst man es halt sehr schnell, weil man halt immer nur eine Page pro Kapitel hat und da One Piece zur Zeit sehr oft auch immer mal wieder eine Woche Pause hat und so weiter und so fort, ähm, hat man dann halt nicht so diesen nahtlosen Draht daran. Deswegen, das ist auf jeden Fall einer der interessanteren, äh, oder interessantesten Podcast dann auf unseren Kanal und, ja, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ähm, euren Ablauf der Kaiser, einfach alle vier Kaiser oder halt fünf Kaiser, ihr könnt auch Ruffy mit dazuschreiben und was mit diesen passiert, durch wen sie besiegt werden, etc. pp. Schreibt mal Hashtag euren Lieblingskaiser in die Kommentare von Shanks, Blackbeard, Kaido oder Big Mom. Äh, schreibt da einfach mal in die Kommentare, welcher Kaiser mit einem Hashtag, äh, quasi euer Lieblingskaiser ist und das war's dann mit der zwölften Ausgabe des Podikast. Ich bedanke mich für's zuhörner Schauen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt und sagt Ciao und Tschüss!